Mein Name ist Andreas Reichlin. Ich bin Bildhauer, komme aus der Schweiz und habe den Feuerring entwickelt, der jetzt im schönen Wiesegut stehen darf. Das Schöne am Feuerring ist, dass man nie auf die ultimative Glut warten muss, sondern dass man immer ein offenes Feuer hat und zu jeder Zeit die Möglichkeit bietet, dass man grillen kann. Der Feuerring ist aus Stahl, eigentlich ist es wie eine Feuerschale. In der Mitte macht man das Feuer und ringsum kann man auf dem Stahlring grillen. Da hat man wunderschön die Möglichkeit, innen am Ring ist es circa 300 Grad, man kann scharf anbraten und man zieht das Grillgut nach aussen und aussen ist es vielleicht 180, 200 Grad. Das ist ein jeder Traum von einem Koch. Was ganz schön ist, ist die Geselligkeit, die der Feuerring bietet. Man kann ringsum sitzen, die Wärme geniessen, die Freundschaft. Und das ist das Schöne, dass man das jeden Abend im Wiesegut tun kann. - -